Samantha! Jawoll! Samantha! Zeig deinen Fuß! Jetzt wird's nochmal brutal. Ihr seht's ja, der hockt überm Lenker. Natürlich sauschwierig, die Maschine auszumbalancieren, aber er ist, wie gesagt, Profi. Wir brauchen eine Kapitale La-Ola-Welle, sobald er umdreht hat. Moment! Wo ist er? Jetzt er, jetzt er. Okay. Alle die Händen aus. OOOOOOOHHHHHHHHHHH Nauch mit dem Kader! Ja...